Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier und zwar heute mit dem neuen Video. Heute in dem Shop-Video zeige ich euch auf jeden Fall vom 2.7.2019 den neuen Shop. Bin auf jeden Fall mal gespannt. Freunde, mich würde es mega freuen, wenn ihr mich supporten würdet mit dem Support-O-Creator-Code FRPZ-YT. Jetzt schauen wir uns mal den Shop an. So, aktuell sitzt jetzt. Let's go. Hallo? 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 Äh, euch. Wow, Bruder. 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 Okay, okay, okay. Freunde, 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 immer mit der Ruhe. Schauen wir uns doch erstmal die rechte Seite an. Wir haben den Mod Rückpaddler 500-Über-Bucks. Den Beat dazu finde ich übelst cool, meiner Meinung nach. Kann man sich auf jeden Fall geben. 500-Über-Bucks ist eigentlich ganz in Ordnung. Glücklich. 500-Über-Bucks, die Spitzhacke, ganz in Ordnung. Dann haben wir nochmal Glitchig. Hat so Fischschuppen drauf. Sieht ganz in Ordnung aus. Auch der Farbverlauf gefällt mir. Matchball-Skin ist wieder drin, weil der war ja neu gestern. Und dann haben wir nochmal Axiom oder so, wie der heißt. Keine Ahnung, warum ich ihn mir damals gekauft habe, aber irgendwie, keine Ahnung. Hat was, aber ist jetzt nicht der beste Skimm, finde ich. Dann haben wir hier auf jeden Fall einen neuen Emote. Krabbe. Oh, mit dem Krabbenbeat. What the fuck? Und dem Krabbentanz. Lol, wie geil. Ich hoffe, Freunde, ihr kennt den Krabbenemote. Geil. Ohne Witz feiere ich. Geiler Beat auch. Also richtig geil, richtig geil. Na ja, dann haben wir auf jeden Fall hier noch einen neuen Gleiter. What the fuck, Digga. Holy moly. Leute, das ist zu fresh. Oha, also ohne Witz. Das hat mir jetzt richtig gefallen. Ich sag's euch, wie's ist, Leute. Richtig geiler Gleiter, richtig geiler Gleiter. Real Talk. Dann haben wir nochmal hier Muschelhacke. 1200 Übergs. Hören wir mal rein. Ja. Ja, Freunde, die Spitzhacke finde ich jetzt nicht so... Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Die kaufe ich mal heute nicht. Ein neuer Skin ist am Start. Holy. Was ist denn das, Digga? Ähm. Die Hände sind so... Halb Mensch, halb Fisch. Mit Quallen oben drauf. Ja, mit dem Rücken. Also, Digga. Also, wirklich gefällt mir. Sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Der Preis ist auch akzeptabel. Ist jetzt nicht zu teuer, nicht zu billig. Die ist das Ananas. Und, ähm. Ja. Sehr, Digga. Nice. Ähm. Soviel zu dem neuen Shop. Freunde, wie immer rechts oben bewerten. Und eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Ich verabschiede mich. Wir wünschen euch einen angenehmen Tag. Und wieder sagen, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017